Ja, Moin Pyros, wie ihr hier sehen könnt, wenn ihr Augen habt, habe ich hier ein paar FP3 versammelt. Ja, und zwar gibt es heute mal so ein Video, wie sich das doch entwickelt hat mit den ganzen FP3, so wie FP3 Small, die jetzt hier sind. Ja, und da wollte ich einfach mal so ein bisschen, ja, mich drüber auskotzen, sag ich mal, was denn eigentlich passiert ist und was das für eine Unverschämtheit ist. Ja, so wie auch die Preise, die man dafür verlangt, denn ihr kennt ja, hier ist der Klassiker mit 3 Gramm, hier ist ein anderer 3 Grammer, oder vielmehr ist es der gleiche, noch nur einzeln, der, ähm, die heißt da, Widowmaker FP3 mit 3 Gramm. Dann hier der 2.1er mit Gips noch, der 2.1er ohne. Dann gibt es noch den FP3 Blue, der hat aber damit nichts zu tun für die Leute, die sich jetzt wundern, wo der ist. Der ist nämlich von Universal Fireworks und das hier ist Jorge. Den FP3 New Edition gibt es noch, so einen grünen, der ist bewusst nicht dabei, weil wir uns wirklich halt um den Klassiker mit diesem Design befassen, ne. Und, ähm, ja, dann gibt es hier jetzt seit einigen Tagen, den habe ich jetzt noch nicht da, jetzt ist 2. August, ich weiß, dass es jetzt seit gestern, dass es den wohl schon seit 2, 3 Tagen gibt. Bei einem gewissen Shop mit einem U, da gibt es die jetzt mit 1,8 Gramm, also auch wieder was Neues. Und dann haben wir hier oben den 0,8er, die größte Rotze überhaupt, die überhaupt nicht mal mehr einen Cent wert ist. Die würde ich nicht nochmal geschenkt annehmen. Ja, dann haben wir hier das gleiche Spiel mit dem MVP FP3 Small mit 0,83, den, äh, Widowmaker FP3 Small, welcher in K2 ist, wahrscheinlich aber nur ein Druckfehler. Den 0,83er in CE-Zulassung und den 0,35er in Klasse 3 mit CE. Okay, da bin ich mir nicht sicher, ich glaube aber, es gibt noch einen 0,5er, oder einen 0,53er, irgendwie sowas. Ja, müssen wir mal gucken, na, ob es da noch irgendwas gibt. Ja, fangen wir aber mal an mit den ganz normalen FP3. Hier oben sind noch weitere von diesen Dingern hier, also, nicht wundern, so hat man die nicht gesehen, egal. Na, hauen wir den mal weg. Haben wir mal hier den Klassiker, ne. Damals auf dem Markt, ja, hat man 2,50 bis 3,00 Euro, 4,00 Euro bezahlt. Wenn man einen schlechten Kurs hatte oder einen schlechten Anbieter, sag ich jetzt einfach mal, waren es 5,00 Euro, die man gezahlt hat, ne. So sieht der Spaß aus, Cut F3, das sind welche von 2016, hier sieht man es auch, bis 26, bla, bla, bla. Sind schon ein paar Tage alt, ja, NWP 60 Gramm, wie erwähnt, 3,00 Euro. So, dazu gibt es noch kurz zu erwähnen, dass die ungefähr auch 3,00 Euro kosten und, ähm, die haben 8,00 Gramm. Ja, ähm, da kann man schon sehen, wo die Reise ungefähr hingeht. Aber, ja, wir haben jetzt hier, wie erwähnt, den ganz normalen Klassiker. Brauche ich nichts zu erzählen sonst weiter. Super Ding, richtig ordentlicher Knall, schöner grüner Vorbrenner. Ja, immer beliebt gewesen, geht heutzutage, statt für, ja, sagen wir mal, 5,00 Euro, geht das schon für 25,00 Euro weg, ne. Also 20,00 Euro ist definitiv schon fast der Normalpreis. Klar, der eine oder andere gibt die auch für 15,00 Euro weg, wer keine Ahnung hat, auch für den 10er, ne. Hat einen grünen Vorbrenner, wie erwähnt, der hier hat auch einen. Kommen wir aber gleich zu, was der ganze Spaß ist, dann haben wir hier den nochmal im Einzelnen, also diesen hier, ne. So sieht der aus, MVP, 3 Gramm, Uwaga, was auch immer, Watt, Klasse 3, ne. Brauche ich euch, glaube ich, nicht zeigen, noch richtig gut verarbeitet. Hier oben kann man noch in den, reingucken, hier haben wir dann den Vorbrenner, ne, das, was da so glitzert. Ja, gutes Ding, wie erwähnt, damals, guter Preis, heutzutage, kein guter Preis. Dann kommen wir mal zu dem FP3 mit 3 Gramm MVP, ne. Sieht etwas anders aus, nochmal hier der Vergleich, ne. Hat einen Grund, das ist nämlich der NBP mit, ähm, oder vielmehr der Widowmaker NBP FP3, ne. Also ich sag immer NBP dazu, habe ich hier mal irgendwo eingeblendet, wie die Packung aussieht. Ja, ebenfalls sehr, sehr gut verarbeitet, ne. Ja, auch schön, ganz normal, wie der halt so auszusehen hat, mit dem Jorgel-Logo. Und wie erwähnt, das ist der Widowmaker, grüner Vorbrenner und die gibt es als 15er-Box. Habe ich letztes Jahr, wer mich schon seit einem Jahr verfolgt, in Polen bekommen. 5 Euro, das 15er-Pack. Ja, ist schon recht ordentlich, ähm, kann man definitiv empfehlen, super Ding. Und noch ohne irgendwas herabzustufen und so weiter und so fort. Und herabstufen trifft jetzt eigentlich ganz gut, denn jetzt kommen wir mal zu CE-Zulassung FP3. Und kein NBP mehr, nach wie vor aber F3 mit einem grünen Vorbrenner. Und, ja, schon haben wir uns von fast einem Gramm, ähm, ja, verabschiedet. Ja, ich muss sagen, an der Stelle, die sind noch gar nicht so scheiße. Ich weiß nicht, ob das durch den Gips kommt oder wie auch immer die das gemacht haben. Aber der 2,1er, ich habe den ja auch verglichen mit den 3 Grammer, der hat genauso gescheppert wie der 3 Grammer. Wie auch immer die das geschafft haben, weiß ich nicht. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass da jetzt einfach irgendwas draufgedrückt wurde. Keine Ahnung, aber die sind noch echt gut. Und, ja, wenn ihr die noch rankriegt, greift ihr euch, weil im Vergleich zu dem, was ihr heute kriegt, für den gleichen Preis, ist das einfach nur scheiße. Ja, und ich frage mich wirklich, was Jorke damit bezweckt hat. Gut, man hat jetzt hier, äh, glaube ich, nur noch 2 Gramm, die man in F3 verbauen darf, aber es ist trotzdem einfach ein Armutszeugnis. Ja, dann hätte man einfach die Produktion eingestellt, statt das Ding so herunterzustufen und einen Klassiker so zu ficken, auf gut Deutsch gesagt. Das ist einfach nichts Schönes mehr. Ja, aber wie erwähnt, der geht noch, noch. Jetzt kommen wir nämlich zu dem anderen. Ja, der sieht jetzt schon wieder ein bisschen so aus wie der alte, sage ich mal. Hier, außer, dass hier statt MBP CE ist und hier noch eine Nummer. Ja, und 2,1 Gramm. Ja, was ist damit? Den kann man nicht empfehlen. Hier hinten habt ihr hier so eine Ton-Erde-Kork-Mischung oder was das auch immer sein soll. Keine Ahnung. Das ist einfach nur Schrott. Wirklich. Fällt schon auseinander. Und, ja, hat nach wie vor einen grünen Vorbrenner. Ja, der Knall ist halt einfach Schrott, ne. Da kann man halt nicht mehr viel zu sagen. Aber im Vergleich zu den Dingern hier ist das noch, ja, weltenbesser. Ja, traurigerweise. Ja, kostete dann auch so, ja, von 5 Euro aufwärts. Die haben alle so angefangen, ne. Und dann haben wir hier die größte Verarsche überhaupt. Dass das Ding überhaupt noch FP3 genannt werden darf, ist schon eine Frechheit. Ja, wir haben hier auch nach wie vor so ungefähr die gleiche Packung. Und dann haben wir ja hier das Schöne, ne. F3, 8,0 Gramm auf 10 Böller. Das sind 10 Böller. Die haben 8 Gramm. Wenn ich jetzt mal diese 3 Böller hier nehme, mit 3,0, 3,0 und 2,1 sind wir schon bei 8,1 Gramm auf 3 Böller. Und hier haben wir 8 Gramm auf 10 Böller. Ja, der Vorbrenner, der wurde so gesehen ausgebaut. Ja, weil bei 0,8 Gramm bleibt hier nicht mehr viel über, wenn da noch ein Vorbrenner drin ist. Der Vorbrenner befindet sich jetzt in der Lunte. Das ist jetzt eine Begeil-Lunte geworden. Weiß ich nicht, bei einem Shop kosten die 1,90, selbst das sind zu viel. Woanders kosten sie 2,50, 3 Euro. Je nachdem, wo ihr guckt, ne. Die Shops brauche ich ja jetzt hier nicht nennen. Es geht jetzt einfach nur um die Dinger. Die sind auch keine 2 Euro wert. Leute, lasst den Scheiß liegen. Wirklich. Das ist auch so ein Grund, warum es von mir kaum noch Unboxing gibt von jetzt U oder irgendwelchen anderen Shops. Weil es sich einfach nicht mehr lohnt. Weil, wer will so einen Dreck haben? Ich zahl dann lieber einen 5er mehr. Ja, und tue mir Raritäten. Ja, da weiß ich wenigstens, dass ich was Gutes habe. Ja, aber das hier, das ist es nicht wert, wirklich. Der Knall ist dumpf, es macht keinen Bock mehr. Es ist einfach nur traurig. Wer jetzt wirklich sagt, Feuerwerk ist Geldverschwendung. Wenn man hier so einen Scheiß hier hinstellt, kann ich verstehen, Alter. Das ist mehr als nur Geldverschwendung. Das ist eine Unverschämtheit, ist das. Ja, und die ganzen Idioten, die sich nicht auskennen, die kaufen das, weil FP3 draufsteht, den man vor 20 Jahren hatten gefühlt. Oh, der ist ja cool. Und dann haben sie hier die Jauche da. Also wirklich, das ist einfach nur eine Unverschämtheit. Ja, und da braucht man wirklich überhaupt kein gutes Wort mehr über den Scheiß verlieren. Dann haben wir jetzt mal hier die FP3 Small. Jetzt muss ich ja mal ein bisschen unterkommen, weil das regt einfach nur auf. Wir haben hier den, na, mit MWP, 0,83 Gramm hat der, ordentliches Teil. Ja, hat eine schöne Verarbeitung. Gut, das Gips sieht jetzt nicht mehr ganz so prall aus, aber so an sich, gute Wandung, alles Mögliche. Ja, 0,83 Gramm. 0,8 Gramm, nur noch mal, um es klarzustellen. Und hier gibt es die 30er Packung für, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, 5 Euro, sage ich jetzt mal. Gut, also ich habe jetzt bezahlt 5 Euro. Jetzt gibt es die ja noch als 0,3er, ja, mit, was weiß ich was, CE auf jeden Fall und, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, 3, 4 Euro. Die kann man dann auch schon wieder liegen lassen. Wenn ihr noch die sieht mit 0,8, das sind dann die hier, zu denen kommen wir gleich. Nehmt die ruhig noch mit, ja, die sind immer noch besser als der direkt da oben. Ja, und hier haben wir dann nochmal den J10-05, das ist ja wie erwähnt der FP3-Small, auch sehr gut und dick gewandelt. Cut F2 wird wohl ein Fehldruck sein oder sowas, weiß ich nicht, vielleicht war der auch in Polen in F2, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall komisch, denn, ja, die sind eigentlich alle in F3, soweit ich weiß. Wer es weiß, kann es ja mal sagen, ja, 0,83 Gramm, auch noch ein super Ding, die nehmen sich nicht viel. Beide sehr, sehr zu empfehlen. Wenn ihr die noch hankriegt, holt die euch auf jeden Fall. Dann, auch noch eigentlich gut, ja, es sei jetzt hier oben wohlgemerkt. Auf die Dinger kann man nur drauf rumhacken, ne, also das ist, ja, eigentlich schon so ein Mobbing-Opfer, sag ich mal. Ne, wir haben hier auch noch Gips, ist auch schon ein bisschen versaut, auch dick gewandelt noch, auch fest. Ja, und, ja, nach wie vor kein Vorbrenner, Klasse F3, 0,83 Gramm in CE, sind sehr gut, habe ich sogar auch getestet. Ja, ist jetzt halt CE, sind leicht schwächer geworden, ja, aber, da muss man jetzt wirklich ein richtig guter Kenner sein und wirklich penibel drauf achten, dann fällt das auf. Ne, also, die kann man nach wie vor sehr gut kaufen, wenn ihr die kriegt. Dann gab es hier, glaube ich, die 0,5er, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich meine, es gab eine 0,5er-Variante. Ja, also runtergestuft, da fing das dann auch an und dann kam, ja, der, was soll ich dazu sagen? Dazu kann man nichts mehr sagen, 0,35 Gramm. Ja, das Gute an der ganzen Geschichte ist, so wie auch da, wenn ihr wirklich unter ein Jahr mal irgendwo Lust habt zu ballern, dann zündet das an. Das Ding ist halt wirklich nicht mehr laut, das ist einfach nur noch die Jauche. Gut, der ist noch halbwegs gut verarbeitet und dicke wickelt hier, ne, aber hier ist auch schon kein richtiges Gips mehr. Hier ist schon irgendwie so eine Gips-Korkmischung oder irgendwie was auch immer das für ein Zeug sein soll. Ja, das ist wirklich, dafür nur noch zu gebrauchen, wirklich unter dem Jahr, wenn es wirklich reinkickt und man jetzt nicht unbedingt hier so ein 3 Grammar vor der Haustür knallen will, ne. Das ist dann nicht ganz so gut, sage ich mal, aber so, ja, dafür ist es noch geeignet, ansonsten nicht. Ja, und preislich, wie erwähnt, kosten die jetzt, glaube ich, so 3, 4 Euro. Müsst ihr mal gucken bei dem Shop mit dem U, gibt es ja bei diversen Shops diese Teile und dafür sind sie noch geeignet. Aber so, wer jetzt damit was reißen will oder damit denkt, das ist jetzt gut, nein, das ist einfach nicht mehr gut. Das ist einfach nur noch Verarsche. Ich glaube, die wären auch einfach wirklich besser bedingt gewesen, wenn sie den hier schon mal, den 08er, ja, einfach mit dem Vorbrenner gelassen hätten und den FP3-Small mit Vorbrenner einfach draus gemacht hätten. Wäre aus Interesse vielleicht für den einen oder anderen zum Kaufen gewesen, aber so, weiß ich nicht, ne. Abschließend kann man natürlich noch sagen, Empfehlung, 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 Empfehlung. Nö, ja, 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 nö. Und hier, das ist 0. Der ist eigentlich gar kein Video wert, aber naja.